Dann schauen wir mal. Zieh einfach in Montes Keller. Nein, da will ich nicht hin. Da ist Kylo und Regina Hickst. Maschallah, dieser Haus. Ich lebe, ich will Sex machen in dieser... Oh, dieser Stuhl. Stuhl. Oh, dieser Kaminski. Guckt euch dieses Haus an. Guckt euch dieses Haus an, Leute. Es ist ja wohl absolut wildes Traumhaus, oder? Ich finde, das Design, wie es gebaut ist, die Bauweise, Design, Bauweise und wie es gebaut ist, ist genau das Gleiche, ist absolut phänomenal geil, Digga. Ist absolut phänomenal geil, wirklich. Diese Garage hier oben, alles so thunken into the ground. You know what I mean, guys? Sechs Schlafzimmer, zehn Badezimmer. Ich krieg sieben Kinder. Das ist geil. Boah, guck mal, Digga. Da, diese Aufteilung, diese Geometrie dahinter, diese geilen, geilen, geometrischen, klaren Formen hier. Das ist alles so schön, geradlinig und aufgeteilt mitten in der Natur. Ah! ...quartier feet between the main and guest homes. Ich will dieses Haus. ...to the hillside on almost four acres of land. The property is complete with 130 Eichenbäume. ...walking trails and truly redefined indoor-outdoor-living. Nee, jetzt mal Real Talk, das sieht so schön aus. Das ist so offen gestaltet. Es ist einfach nur geil. ...asking price is 32 Millionen. Irgendwann. ...come on in. Oh, mit dem Gras hier. Überall Rasen mähen. Den ganzen Tag auf Rasentraktor sitzen Rasen mähen. ...the minute you walk into the foyer, you're already enveloped with the surroundings of the land and the mountains and the trees beyond. So geil. ...from almost every vantage point, you actually see the oak trees around you. Und man ist komplett in private, weil da überall diese Bäume sind. Wie geil ist dieser Pool hier, Alter? Dieser Baum wächst einfach über den Pool. Und man hat die ganze Zeit Blätter im Pool. Naturnah. ...so they truly become part and parcel of the residence. This is Noel Walker's most... Gut, was sie jetzt nicht gesagt haben, das liegt in Beverly Hills, Syrien. Das ist aber trotzdem, geiles Haus. ...well known accomplishment to date. Da steht in Amerika Süd. Oben in der Süd ist das Haus, genau. ...and he's won numerous accolades for this particular home. Reason being that it really brings in an old world charm of the 1960s mid-century modern into today's standards. Meaning you have tons of glazing around, doors and windows all completely and seamlessly open and integrated into the structure. ...was so geil, so geil, Mann. ...so you have tons of Fleetwoods dotting the whole property. This provides not only an integration with nature, but also fantastic opportunity for entertaining and an incredible indoor outdoor California life. Dieser Pool, guckt mal bitte, wie geil das ist, Mann. Das ist so geil, Alter. Die sind einfach in mein Haus angebrochen im Video. Don Balbano. Halt dein Maul. Style. Wieso ist jetzt hier, brauche ich nicht, ich kann Englisch. Ich kann das Wort nicht mehr aussprechen. Mann. Küche mit Pizzaofen. ...what we have here is an exceptional gourmet kitchen, which once again takes full advantage of the gorgeous views around you. So geil, Mann. ...one of the best highlights of the home is this Fleetwood window, which at the touch of a button opens up. Wie geil, man kann einfach nach draußen kochen. ...provides an incredible vantage point of your surroundings. And everything is beautifully integrated into the millwork of the kitchen, where you can have the professional great appliances and... Bro, das ist so wild, Alter. ...to keep the architectural integrity of the house. We've got a substantial island with a breakfast bar. Da kann Frau Bra kochen, Digga. Das könnten die Äpfel hier sein. ...there's also a breakfast nook that overlooks the grounds. Wie geil, Mann. ...one of the most incredible amenities in the kitchen is an indoor Pizzaofen. So geisteskrank, wie geil, Mann. ...you rarely see these inside a home and they actually use natural wood from the surrounding grounds to heat the Pizzaofen. Boah, wie geil, Alter. So eine geile Pizza selber machen aus Feuer und Holz und... ...and you've got fresh pizza nightly. For those amazing pizza and pasta knives, you've got two temperature-controlled wine refrigerators. ...wein, oh, geil, rein, rein saufen, rein saufen. ...and so viele geile Einbauschränke. ...so you can have easy access to your wine right here. ...in addition to that, we've actually got a fantastic pot filler. ...oh, oh, das ist ganz geil. Ein Pot Filler ist eigentlich echt nice, das ist richtig neat. Das ist halt ein Wasserhahn direkt über dem Herd. ...that's kind of a one-stop-shop and then voila. ...I charge extra for making pasta, but I'll do it for free today. Ach, du bist so handsome und sexy, gib mir das Haus für 10 Millionen. Ich hab nicht mal 10 Millionen, was soll's. Der, das gefällt mir so gut vom Stil her, wirklich. ...in addition to having a serving console behind the formal dining table. Klar, natürlich. Auch diese ganze Kunst und sowas da drin, so wild, man. Unser Haus ist schöner, der verpisst dich aus dem Chat, Alter. Lass mich jetzt, der Träumen bin in Ruhe, ja? ...that offers fantastic functionality when entertaining guests. ...what the architect attempted to accomplish and did very well, ...is you've got a very formal space inside the home ...and with a slide of a door, you can actually have dinner, lunch, breakfast outside. Wie geil, man. Ich will diesen Tisch haben mit diesen Stühlen für meinen Garten, Alter. ...dining terrace, you've got this beautiful several-hundred-year-old oak tree. Diese Bäume sind ja so wild, die sind so wild, das mit dem Pool ist so krank, Alter. ...that's can't deliver it over the lap pool. Das ist so geil, das ist so... ...so... ...is vor allem ist da so ein Pool zum Bahnen ziehen, ne, wo man halt... ...the formal entertaining areas of the house are actually anchored by this beautiful fireplace, ...which bifurcates the formal dining room from the formal living room. So ein schöner Raumtrenner. Boah, das Bild hier, Leute, das Bild ist ganz wild, das gefällt mir richtig gut. Das ist richtig schöne, abstrakte Kunst, man. Finde ich richtig geil, Alter. Sieht ein bisschen aus wie ein Albtraum. Finde ich voll schön. Wie mein Leben. ...really beautiful, serene, zen-like Japanese-Aesthetic to it, ...and it's a beautiful and dramatic backdrop to your formal entertaining parties. Das sieht so geil aus, Mann, das sieht so geil aus. Also hier vorne nochmal dieser kleine Hottop, wirklich ein riesiger Whirlpool. Richtig schöne Möbel auch, das ist so schön eingerichtet auch wirklich. Habt ihr das hier gesehen? Hier oben hat es nochmal Wärmelampen drin. Das heißt, wenn man hier draußen sitzt, hat man sogar nochmal die Möglichkeit, Wärmelampen zu haben, ...was richtig crazy ist. Ah ne, das ist nochmal ein Teil vom Pool sogar. So the focal point of the grounds is really this organically shaped pool. It provides a great backdrop for entertaining, living, lifestyle and lots of family funnels. Aber mit so, das fließt so über. ...we've got a jacuzzi on the other side, which is great for the cold evenings. Wie geil. ...and then in addition to that you've got access to the sitting area. Wie schön das einfach aussieht, Mann, wie schön das alles ist. ...and the outdoor dining space as well. The entire backyard is enveloped in these beautiful Oaks. Diese Eischen, das sieht so schön aus, das ist so natürlich, Mann. ...which is so tranquil beneath the huge oak tree behind us. Ja, das ist ein Infinity Pool, Infinity Pool, ne? ...the quintessential California backyard and great for the LA lifestyle. Das ist halt auch geil. Hier sind halt überall so eingelassene Fenster und sowas, ne? ...the upside-down home. Reason being that most of the square footage is actually integrated to the hillside. ...das finde ich halt geil. Du hast halt oben deine Public Area, so da können Leute chillen, dies, das und sowas. Und unten hast du dein Private Part, hier mit dem Efeu umwachsen, mit diesem Glas. Das ist wirklich einfach nur toll. Das sieht einfach wirklich geisteskrank schön aus. ...low grade, which means the entertaining and public rooms are above. ...and then all the bedrooms are down below and exposed to the outside. ...this is the central atrium, that sits between the two secondaire bedrooms and the master bedroom. So if you peek in, it actually feels like you're outdoors and you're on the main level with the house. Guck mal, das ist einfach so ein riesiger Innenhof, so ein Atrium. ...subterranean. Let's go downstairs and check it out. Ja, bitte, komm. So what we've got downstairs is a really functional living space. Ach, nochmal so ein zweites Wohnzimmer quasi. This is a family den, an entertainment area, that's really a little more private and subdued from the one we've seen upstairs. You've got the TV, you've got the beautiful paneled cabinetry and millwork. Ganz krass, ganz krass. Oh, ne Menge Einbauschränke sehe ich hier gerade, da hab ich auf jeden Fall Bock drauf. Auch die würde ich... ...ganz, ganz, ganz wild. ...between the lower level and the upper wine refrainage. Ganz, ganz wild. One of the reasons the lower portion is so light, bright and airy, is because we have these fantastic skylights throughout the property. Finde ich auch so geil, so skylights, ne? ...that really provides an indoor-outdoor feel, even though you are subterranean. We're actually going to pass by the atrium, which we saw from up above earlier on. The architect once again brought in the indoors and outdoors into one space. You've got a central fire pit. These doors make it full. Was ist das für ein wilder fire pit hier, guck mal? A central fire pit? Ja, das ist halt Propan und Wasser. Wie geil. Auch schön hier wirklich diese, die Kunst hier und alles. Das ist so schön abgestimmt alles. Diese riesigen, hohen Türen, Decken hoch halt, ne? ...decken hoch, ne? ...decken hoch, ne? ...decken hoch, ne? ...decken hohen Türen, eine volle Wälde von either side. ...and then they meet right at an angle here, which was actually quite difficult to achieve. ...and once it's open or closed... ...da war aber eine kleine... ...an angle here, which was actually quite difficult to achieve. ...da ist eine kleine Lücke. Da kommen die Käfer durch. ...and once it's open or closed, it just adds a beautiful dramatic element to the home. Oh, Digga. ...we'll start with the sleeping quarters here. ...these huge steel doors pivot out. There's hiking trails that start right outside of the master bedroom. Lois. Man kann natürlich da direkt wandern gehen, klar. ...it really is a complete game changer for that. Dass das 32 Millionen kostet, ist halt echt schon krass, ne? ...house and the way you live. The master bedroom really feels like a treehouse. It's cantilevered above all these beautiful trees. ...you've got really old eucalyptus, oak trees throughout the property and when you come out onto your terrace, whether it's in the morning, at night, in the afternoon, you do get enveloped in all this greenery, which really provides a beautiful atmosphere for the home. Oh, Digga, das Master-Badezimmer so. ...we've got dual sinks here. Egal. ...and then really one of the most fun features is you've got a tub that sits within the shower. Hä? Wie funny ist das denn? Okay, das finde ich ein bisschen weird. ...we've got this incredible rain shower head that is like a waterfall. ...and then no how... ...negal, natürlich, klar, Antleidezimmer. ...and Beverly Hills is complete without an incredible walking closet. ...der ist ein bisschen claustrophobic, finde ich jetzt nicht so schön. ...and once again all the elements... ...aber ich meine, es ist ein Antleidezimmer, so what? ...and the wood and the finishes in the closet are in keeping with the elements throughout the house. Streamingzimmer, natürlich, klar. ...designed to be part of the Master-Bedroom, a retreat, could be a nursery, a sitting room for the Master-Bedroom. What they've done here is envisioned this as an office. Once again you've got doors that open up to the outside, you open the door and then you've got this incredible access to nature, greenery, beautiful, fresh air and four acres of trails around you. In a kinderzimmer and so was, ne? Down the corridor we've got two additional secondary bedrooms and the continuity of all three bedrooms between the Master and the two secondary bedrooms is this fantastic path that unites all of them. So it starts with a Master-Bedroom and then ends up here feeding right into the hiking trails that take you... ...we're gonna go into the guest quarters and the more casual area which includes the gym. ...but then sub. Ah, okay, kleines Gym. Once again you've got fantastic outdoor space. Da, die Geräte da. Gut, äh, ja. You've got a little bit of a larger balcony right off of the gym area. Auch cool. ...for working out. And then once you're done at the gym, you have this beautiful spa-like bath here. You've got a fantastic shower. And then you've also got a dry sauna. Sauna natürlich, klar. Und extra nochmal für Gäste, halt eine komplette Wohnung, ne? Ja, 70er, 80er vom Style her. Eher so 60er mit modern ist das. ...degraded Guesthouse under roof. The Guesthouse has its own living area. A little kitchenette there. And then we've got the beautiful bedroom down here. We've got a self-contained laundry facility. Wie cool. This is one of four washers and four dryers in the house. Krass. Digga, komplette Wascherloch. ...we've actually got a 2000 square foot Guesthouse, which I'm going to take you to see right now. Nochmal, Digga, da ist nochmal komplettes... Da würde ich ja dran wohnen, ne? Das wäre mir schon genug. Komplettes Gasthaus nochmal, okay. Guck mal, das würde mir schon so reichen als Immobilie einfach selber. Guck mal, wie geil das ist. Wie geil ist... Guck mal, das ist so wunderschön, Digga. Kann ich nicht nur das kaufen, Alter, für eine Million oder sowas? Geht das nicht? Kann ich dann den Pool und so mitnutzen und alles? Digga, wie geil, Mann. Dieses Bild, was da steht auf diesem Canvas. Ist das nicht... Ist das nicht Poggers, Digga? So geil, die Architektur. ...die Architektur. Dieser Barn, ja, dieses... Geil. Finde ich so geil, so eine alte Scheune halt als Wohnzimmer. Wie geil, Mann. The Barn is designed as a multi-purpose room. Boah, Junge. Ey, mit einem runder Esstisch ist auch so wild, wenn man Freunde da hat. Ein runder Tisch ist das schönste, Alter. Boah, Bruder, ich sterbe gerade, Mann. Das ist... Digga, das ist... Einfach... Das ist wirklich... Boah. It's acoustically sound. It's great for music. Great as an art studio. Boah, Digga. Das ist so schön. So great as a really casual... Ey, dieser Flügel, der da noch drin steht, ne? Family area. We're gonna walk in the more contemporary portion of the Guesthouse. Digga, guck mal bitte, guck mal bitte, wie das aussieht, Alter. Wenn ich ein Haus hätte, was so wäre. Oh, Bruder. Carried a lot of the organic elements of the main residence in here, so you've got concrete... Okay, die Deckenhöhe müsste man nochmal diskutieren. Die könnte ein bisschen höher sein, aber ansonsten... Floors, you have this really lovely streamlined kitchen, but the focal point is always the integration of indoor and outdoor. Ey, guck mal, dieser View, Mann. And once you come out here on the huge terrace, you have an incredible vantage point and you're completely immersed in the greenery of the lot. Da noch irgendwo ein Büro oder sowas dazubauen in einem separaten Raum. Reicht doch vollkommen. You've got a secondary Guestbedroom. Ja, reicht. With beautifully appointed baths. Oh. Laundry facility, which is specific to the Guesthouse. And then once again... Digga, ne schöne Terrasse hier noch. ...decken with incredible panoramical wheels along the hills and mountains. Ich bin... Diese Immobilie, ich bin fucking ein Laughalter. Ich sag's so, wie es ist, Mann. 32 Millionen, long way to go.